Servus und Weiteregift mit Uri Wir haben letztes Mal das mit dem Stampfen gelernt Das heißt, ich kann ja den Schein kaputt machen, oder? Das heißt, ich brauche diese Spaß nicht mehr Ehre Ehre, Alter Okay Okay, 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 ich will aber das hier kaputt machen Kann ich da nicht mehr hoch? Hey, du bist wie, kannst du dich wiederbeleben? Okay Okay Kommt Okay, ich kann das nicht benutzen, um, äh, weiter hoch, okay Nee, nee, da oben gibt's nix mehr Okay, ich kann es laufen jetzt Okay, runter Let's see Okay Weiteregift Okay Wir sind jetzt Wir sind jetzt last Was musste ich denn da machen? Ah, kann ich kaputt hauen. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, warum diese Tür jetzt aufgegangen ist, aber... Okay. Auf hoch komme ich irgendwie noch nicht. Mist, die Gurt ist okay. Beruhig dich, mein Gott. Unter Wasser kann ich das nicht machen. Oh, wir speichern am besten. Okay, ähm... Ich muss irgendwo zum Tinepotieren eigentlich. Gibt es ja nichts mehr. Okay, wir gehen hier weiter links. Ist cool, dass man diese Viecher wenigstens jetzt auch mal kaputt machen kann. So, erstmal die Karte öffnen. Okay. Also, ich muss jetzt hier alles durch und da kann ich mich dann teleportieren. Ich will eigentlich noch nicht teleportieren. Ich will eigentlich noch das Ganze... Da va. Okay. Ich mach da bitte ohne Schaden durch. Da unten war ich schon. Uh, dann mach ich viel mehr Schaden. Irgendwie werd ich auch damit getroffen. Oh Gott. So, da oben gab's noch irgendwas, als ich nicht geholt hab. Oh Gott, da ja. Ähm. Wieso hab ich das dann nicht geholt? Absolut. Bist du wieder da? Nein. Wieso hab ich hier nicht geholt? Hm. Okay. Wir haben zwei Punkte. Hm. Hm. Das ist eigentlich nice. Wir kriegen viel mehr Loot, gell? Möglich, dass Uri den Sprint auch... Eigentlich auch nice. Ich bin mir grad unsicher, ob ich weiter meine Flamme skillen soll. schnellere Flammen... Erhöhlt den Schaden der Geisterflamme noch mehr und dann wirklich erst vier Ziele auf einmal... Ich brauch dafür zwei Punkte, muss ich nicht... Ich hab nicht... Ah, ich hab... Gut, dann machen wir jetzt die beiden. Und als nächstes dann, ähm... Wieder zwei Punkte sammeln und die beiden machen. Ich hätte jetzt den einen Punkt auch gehalten können, aber... Ah, fuck jetzt. Okay, ich will noch ein paar Sachen holen. Da runter erstmal. Weil da unten gab's etwas, was ich nicht geholt habe. Genau. Okay, der Typ trifft auch immer wieder, Alter. Wo ist eigentlich... Oh, das ist es so. Okay, du hast den vor, Alter. W4, ich hab einen Knopf. Ah, da ist es so. Nice Spaß oder? Ja. Okay Da runter Komm ich noch nicht oder? Den hätte ich ausprobieren Ah hier war ich auch Oh du Dicker Immer diese Selbstmordasentäter Dicker Dann kannst du hierher schießen Ich habe nämlich ne Idee Geh runter, geh runter Bitte Wah Okay Mann schafft es sogar Big Fred Das ist David Ich soll ich David auch machen Das ist Leute, Alter, wir looten erstmal, würde ich mal sagen. Es war alles, Digger. Brenning, Hölle. Okay, was noch? Ah, hier links, Gell. Aua. Was, diese Selbstmord, Spacken, Alter. Was war denn das? Ja, Goldkopf. Was? 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 ab dadadadadada Ah, brauche noch ein paar. Verdammt. Ich hätte nicht so auf Speichern sollen. Aho, kommen wir noch. Kann ich die Tür nicht öffnen, weil ich... Energieessenze. Mich wundern Leute, diese Folge besteht nur aus Loot. Werden die... Das geht. Da schießt sogar noch mehr Feuerstab. Oh, da ist mein Tannenpeter. Was gut klappt. Äh, das ist scheiße. Hekt! Das stimmt. Das stimmt. Zwei Kahlo! Das stimmt. Das war's für heute. 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 Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Lick. Das war's für heute. Das war's. Das hab ich geholt, ja. Den hier kann ich doch jetzt dahin ablenken. Kann ich jetzt stampfen? Ah, okay. Ich versteh. Oh, da. Hier kann ich da hin. wir können auch aufbauen wir können auch noch mehr Neil Ähm Guck mal ganz kurz, was die Lage ist Weiß nämlich nicht, wo ich hinfahre Ich krieg nochmal Oh Oh, jetzt geh ich glatt woanders hingehen Oh, jetzt geh ich glatt Oh, jetzt geh ich glatt Oh, jetzt geh ich glatt Komm ich ja nicht hin Und wir wollen wieder da hoch Oh, schau was, ich würde auch자가 Oh Ich meine Also Ich pussy snake E words Und Confirm der E gut Scheiße. Rauch. Scheiße. 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 Ich weiß es nicht. fliegen, glaub ich. Ich weiß, Leute, die Folge ist ein bisschen kompliziert, aber wir wollen ja looten, deswegen. Ach, das schon. Gibt's einfach noch zu viel Zeug, was ich noch nicht geholt habe. Deswegen chillt bei der Base. Oh, wow. Das, ähm, das ist ein bisschen schlau. Okay. das kann man ablenken so okay, ich krieg das anscheinend nicht auf okay Bra! Ne, nicht mal damit, oder wie? Oh, ich hätte gedacht, war es da noch kaputt. Ne, halt damit. Der kommt doch nicht wieder, oder was? Geht denn los auf uns? Ne, da schaffe ich es nicht. Da auch nicht mehr. Da auch nicht mehr. Okay. Okay. Das heißt einfach, ich muss Assis. Okay, Leute. Das war's mit der Folge mit dem Bluten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch!